Und damit herzlich willkommen zurück bei Let's Play Geheimakte 3. Wir sind immer noch in CERN und müssen versuchen hier rauszukommen. Und diese zwei netten Herren hier, die Söldner, müssen wir irgendwie ablenken, damit sie von dem Eingang hier weggehen. Denn dahinter befindet sich wahrscheinlich noch mehr Rätsel oder direkt das Rechenzentrum. Oder müssen wir überhaupt zum Rechenzentrum? Ich habe schon wieder eine Pause gemacht. Nehme ich eben im Voraus auf und jetzt muss ich eben wieder ein paar Folgen aufnehmen. Ja, ich wollte gucken, ob ich was vergessen habe hier irgendwo. Hier hatte ich, glaube ich, nichts mehr. Okay, da ist nichts drin. Die Schublade. Da ist auch nichts Brauchbares mehr drin. Die Steuerkonstruktion, da haben wir eigentlich schon alles gemacht. Jane Cunningham, da können wir auch nichts machen. Dann muss ich wohl wieder gehen. Haben wir denn hier noch irgendwas? Die Keycard. Können wir die vielleicht auf die Tür anwenden? Aha. Gut, dann können wir da mal reingehen. Ja, das ist jetzt hier da, wo wir drin waren. Gucken wir uns mal den Schreibtisch an. Okay, da ist auch nichts drin. Ich breche das jetzt hier einfach ab, wenn sie irgendwas dazu sagt. Das, was wir schon kennen. Ja, ja, ja. Da ist der Herr Anderson drin. Da ist die Kassandra drin. Da war der Max drin. Im Computer-Terminal kann man da noch was machen. Okay, okay, okay. Der obere Wandschrank. Können wir den jetzt aufmachen? Er ist leer. Okay, der Schlüssel mit dem Feuerzeug. Können wir den da oben reinmachen? Ah. Okay, jetzt haben wir einen Haufen Zeug wieder gekriegt. Ein Defibrillator, ein Laserpointer, Desinfektionsmittel und Verbandszeug. Ich hoffe, das Mikrofon, die Lautstärke ist in Ordnung. So, jetzt Verbandszeug mal mit irgendwas kombinieren müssten wir das. Aber ich weiß leider nicht genau. Wir könnten doch einfach irgendwas brennen, irgendwas anzünden, damit da oben diese Sprinkelanlage angeht und dann die Wachen voller Schreck wegrennen. Das ist mir doch was. Ah. Da funktioniert auch nichts. Da funktioniert nichts. Den Defibrillator, glaube ich, auf die Söldner. Wenn ich mit dem Defibrillator bei ihm bin, schießt er mich über den Haufen. Äh. 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 Nein. Ich gehe gerade mal alle Optionen durch. Das Walkie-Talkie. Da ist auch nichts. Ah, was können wir denn machen? Der Laserpointer. Der Laserpointer ist zwar unglaublich leistungsstark und produziert einen sehr heißen Strahl. Aber ausschalten kann ich die Wache damit wohl kaum. Ich muss doch irgendwie, muss ich das Zeug da dran kriegen. Ich denke wieder wahrscheinlich um fünf Ecken rum auf die Sprinkelanlage. Stimmt, dann geht die an. Ich ziele auf den Sprinkelkommens. Ah. Scheiße. Was soll das denn jetzt? Sicher eine Fehlfunktion. Ich stelle das ab. Du hältst hier die Stellung. Okay, 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 okay. Einer weniger. Hm. Wir müssen doch jetzt nicht mit dem Defibrillator da unten auf die Pfütze. Ich muss aufpassen, dass ich nicht im Wasser stehe. Ist der tot? Nein, der schläft nur. Wir müssen weiter. Okay, okay. Verschließen Sie die Tür. Ich werde mich ins System einloggen und auf die Deaktivierung der Firewall warten. Hoffentlich hat Ihr Freund Erfolg. Darauf können Sie wetten. Öffnen Sie die Tür. Scheiße. Und jetzt? Keine Angst. Das ist eine stabile Sicherheitstür. Mit Gewalt ist da nicht viel zu machen. Ach, wirklich? Mist. Mit so viel Gewalt hatte ich allerdings nicht gerechnet. Sie müssen ihn aufhalten. Und wie soll ich das anstellen? Ach, jetzt frage ich das ein Streber. Lassen Sie sich was einfallen. Ich muss mich um die Neuprogrammierung kümmern. Na schön. Wenn der Typ hier reinkommt, wird er sein blaues Wunder erleben. Äh... Rohr. Was haben wir da? Brandschutzkasten. Ein Brandschutzschrank mit einer Glastür. Ich kann eine Feueraxt und einen Schlauch sehen. Wir nehmen einfach die Axt und hauen sie dem in den Kopf und dann passt die Sache. Seit wann sind Brandschutzschränke beschlossen? Ist ja wie ein verriegelter Notausgang. Ähm... Was haben wir hier oben? Ein Rohr. Ich tippe auf flüssigen Stickstoff zur Kühlung der Server. Aha. Der Söldner schweißt die Tür auf. Lange wird er nicht mehr brauchen. Ach. Ich muss ihn irgendwie aufhalten, wenn er reinkommt. Wir haben immer genug Zeit in so... ...Adventurespielen. Was könnte ich denn machen? Was könnte ich denn machen? Ein Defibrillator einfach wieder drauf. Ah. Moment mal. Auf den Brandschutzschrank. So. Jetzt haben wir eine Feueraxt. Nee, du haust es dem einfach auf den Kopf und fertig. Wie kann man das auf das Rohr, wenn wir... ...anwenden? Keine Bewegung. Gute Arbeit. Jetzt sollte sich ihr Freund aber wirklich beeilen. Und da sind wir wieder bei Max. Der immer noch... ...im Aufzug rumsteht. Das hat er jetzt, äh... ...zwei Folgen dann gemacht. Ah. Wir sind draußen. Zum Fahrstuhl. Transformatorgebäude. Eingang. Wir gucken uns mal das Transformatorengebäude an. Ich muss da halt die Stromversorgung unterbrechen. Okay. War ja klar. Verriegelt. Und die Keycard funktioniert hier nicht. Äh. Äh. Können wir hier weiterlaufen? Nein, nicht an die Tür. Hier lang. Hier lang? Da runter? Ah, mam, 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 mam. Hier geht's ja gar nicht weiter. Zum Fahrstuhl. Ja, aber was... Auf den Eingang? Ach so, vielleicht können die das öffnen. Ob sich das elektronische Schloss vielleicht von der Zentrale aus öffnen lässt? Ich frag mal nach. Nina für Max. Kannst du mich hören? Laut und deutlich. Alles klar bei dir? Wir könnten den Blackout jetzt langsam brauchen. Ich bin vom Generatorgebäude. Die Tür ist elektronisch gesichert. Weiß nicht, wie ich sie öffnen soll. Könnt ihr da von der Zentrale aus was machen? Ich frag die Dix. Sekunde. Max, es geht. Wir brauchen nur die Kennung der Tür. Dann kann Juri die Verriegelung vom Rechner auslösen. Gut, ich schau mal, ob ich die Kennung finde. Beeil dich bitte. War ja klar. Die Kennung von der... Ich muss da rein und die Stromversorgung unterbrechen. Die Kennung von der Tür? Höh... Wie soll ich... Hörst du? Ja. Gut, ich schau mal, ob ich die Kennung finde. Beeil dich bitte. Ach so, da ist das Schloss. Abdeckung. Schraube. Wir müssen die Schrauben wohl auftreten mit der Schlüsselkarte. Funktioniert doch immer wieder erstaunlich gut, so ein Schlüsselkartenschraubendreher. Äh, okay. Da ist die Kennung. Na, wenn das mal nicht die besagte Kennung dieses Schlosses ist. Können wir jetzt die Nina darauf aufmerksam machen, äh, dass wir die Kennung gefunden haben? Kann ich hier noch was machen? Kabel? Einfach mal ein paar Kabel. Dann gucke ich doch ein wie ein Schweine zu Urberg. Das lasse ich lieber bleiben. Okay, haben wir... Wir haben jetzt die Kennung. Das heißt, äh, ich kann die Nina anrufen. Die Kennung lautet XJ-3486. Ich gebe es weiter. Ist sicher gleich erledigt. Okay, beeilt euch. Hervorragend. Er hat es geschafft. Dann drücken Sie mal die Daumen, dass das mit der Deaktivierung des Stabilisierungsfelds klappt. Sie machen das schon. Was zum Teufel ist hier los? Wir müssen hier raus. Ohne mich. Ich muss das zu Ende bringen. Binden Sie mich gefälligst los. Binden Sie mich gefälligst. Der Meisterdieb setzte sich mit der erhaltenen Belohnung zur Ruhe. Über zwei Jahrtausende später widmete man ihm mehrere Computerspiele. Seine Leiche war nicht auffindbar. Hat er überlebt? Nach einer schlimmen Erkältung, die er sich in den eisigen Straßen von Florenz zuzog, kehrte Anasir als gemachter Mann in seine Heimat Ägypten zurück und schwor, nie mehr einen Fuß in diese unwirtliche Stadt zu setzen. Er ließ sich von seinem Meister malen und wurde als vitruvianischer Mensch berühmter als Mona Lisa. Als man herausfand, dass Mona Lisa eigentlich ein Anagramm für Mon Salai, Deutsch Mein Salai, war, Leonardo also mit dem Gemälde seinen heimlichen Geliebten verewigt hatte, floh das homosexuelle Multitalent mit den Worten »Dort weiß man wenigstens noch, was Toleranz bedeutet« in die neue Welt. Hat sich von der Niederlage gegen Ninas Spielzeug nie richtig erholt. Nach einem kompletten Redesign wechselte er in den Polizeidienst. Bekam Murphy als Partner. Dank ihnen ist San Francisco nun die sicherste Stadt der Vereinigten Staaten. Der Polizist fand während des Verhörs große Mengen selbstgebrannten Alkohols, den der Kioskbesitzer an Minderjährige verkaufte. Nach seiner Verurteilung musste er 200 Sozialstunden ableisten und für das ISRB Alterseinstufungen für Computer- und Videospiele erstellen. Er arbeitet weiter in CERN, wird demnächst das legendäre Higgs-Teilchen entdecken und dafür den Nobelpreis erhalten. So viel Spaß wie im CERN hatte das rote Telefon noch nicht mal zu Zeiten des Kalten Krieges während der Kuba-Krise. Auf der Suche nach neuen Herausforderungen hat es sich nun in Nordkorea und im Iran beworben. Sie wurden höchstwahrscheinlich von dem schwarzen Loch verschluckt, das sich kurz vor Abbruch des Experiments aufgetan hat. Wurde von Nina unmittelbar nach der Entführung von Max aufgesucht. Er empfahl ihr auf eigene Faust, dem Hinweis mit dem Nabelberg nachzugehen und spendierte ihr sogar das Flugticket in die Türkei. Hatte in Geheimakte 3 leider keinen Auftritt, wofür wir uns hier in aller Form mit diesem Bild entschuldigen. Begegnete einem Türken, der ebenfalls sein Gedächtnis verloren hatte. Gemeinsam gründeten sie eine Detektei, die sich mit Grabräuberei beschäftigt. Aber das ist eine andere Geschichte. Die Ereignisse in Santorin nahmen Nina mehr mit, als sie sich eingestehen wollte. Sie ließ die Hochzeit platzen und ging zusammen mit ihrem Vater nach Australien, um Abstand zu gewinnen. Der enttäuschte Max kündigte seinen Job im Museum und tüftelt seither Mechanismen für Geheimfächer aus. Kassandra befindet sich auf der Flucht, seit der Ausbruch des Pi-Virus, der die Menschheit um eine gefühlte Ewigkeit in ihrer Entwicklung zurückwarf, bis zu ihrer Zentrale in Alcatraz verfolgt werden konnte. Dank Ninas tatkräftiger Mithilfe fanden die geheimnisvollen Wächter zu alter Stärke zurück und werden die Menschheit hoffentlich bis in ferne Zukunft vor sich selbst schützen. Und damit haben wir es geschafft. Ja, Geheimakte 3 ist fertig. Das erste Spiel auf diesem Kanal von mir persönlich durchgespielt. Das gibt es ja gar nicht. Ja, fände ich auch ganz nett. So ein bisschen was mit den Leuten passiert ist, was mit Murphy passiert ist, was mit dem Polizisten, was mit dem Chinesen, dem Kioskbesitzer und so weiter und so fort. Alles passiert ist, fand ich alles ganz nett gemacht. Die Rätsel waren immer sehr fair, muss man dazu sagen. Es war nie so, dass man nicht wusste, was man tun sollte. Es gab immer eine Lösung. Und wer sich jetzt gefragt hat, wer ist denn Sam Peters? Dieses nette Mädel da, das man da gesehen hat. Das ist eine, ich weiß gar nicht, war das eine Journalistin? Ich glaube eine Journalistin, die in dem zweiten Teil, glaube ich, sehr stark vorkommt. Und es auch ein neues Geheimakte geben werde. So die Geschichte von der Sam Peters. Das wird dann die Geschichte von der Sam Peters erzählen. So, wir haben es geschafft. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, ob wir Geheimakte Tunguska, ob ich das gleich machen soll, das weiß ich noch gar nicht. Oder ob ich erst was anderes rausbringe. Das weiß ich noch gar nicht. Ob ich noch ein bisschen Abstand brauche. Jetzt ist das mal ein bisschen Ruhe von Nina, Max und den ganzen Leuten. Oder ob wir einfach mal irgendwas anderes noch ausprobieren. Ich sehe ja gerade, ich gucke mal gerade hier hoch. Ich sehe da noch Dishonored Batman, sehe ich da. Sim City, Bioshock, Alan Wake. Das sind alles Spiele, die ich eigentlich noch machen wollte. Und ich denke mal, ich suche mir da eins aus. Natürlich, wenn ihr ein Spiel gerne sehen wollt, dass ich Let's Playen soll, dann könnt ihr natürlich gerne mir eine Nachricht zukommen lassen. Und ich werde dann auch schauen, ob ich das so bewerkstelligen kann. So, jetzt müsste dann auch bald der Abspann durchgelaufen sein. Und ich bin auch fertig mit dem Labern. Vielen Dank, Freistaat Bayern. Ja, jetzt, oh, jetzt kommen die ganzen Statistiken. Spielzeit in Minuten, 367, linke Maustaste, 1400 Mal. Hm, rechte Maustaste, 401. Okay. Lupenfunktion benutzt. Okay. Gelaufene Meter, 6.024. Und die Anzahl der Speichervorgänge waren 20 Stück. Das ist relativ viel für das, was ich... Ja. Ein Bild dieser Urkunde wurde gespeichert. Vielen Dank. Ja, und vielen Dank für euch, dass ihr zugeschaut habt. Und wir sehen uns dann beim nächsten Spiel. Bis bald. Oder bis zum nächsten Spiel. Macht's gut. Tschüss. Danke fürs Zuschauen.